So, herzlich willkommen zum Talk in Town vor dem Spiel in Eisenach. Bob, das letzte Wochenende war ja ziemlich turbulent für dich mit den ganzen erfolgreichen Spielen, die du gehabt hast. Mit deinen ersten Herren Europapokalsieger geworden, mit der A-Jugend Deutscher Meister, mit der B-Jugend ins Finale eingezogen. Hast du die Feierlichkeiten verdaut oder war es gar nicht so schlimm? Du hast schön, dass du die einzige Niederlage, wo ich als Trainer selbst für verantwortlich bin, dass du die einfach mal ausgelassen hast. Ja, waren schöne Feierlichkeiten, war jetzt wirklich toll, dass wir das so umgesetzt haben alles und das war jetzt nach dem Sinne der Liga nicht ganz so rund gelaufen ist die letzten Male, dass wir jetzt den Turnaround auch geschafft haben und uns dann mit dem europäischen Titel haben belohnen können. Und das Thema der Jugendarbeit mit dem Titel der A-Jugend, das hat mich natürlich extrem gefreut. Auch übrigens mit DNA des VfL Potsdam drin, dann Nick Schley, Benedikt Kühn und ich habe den Dritten tatsächlich jetzt auf Geschwindigkeit vergessen, komme ich gleich noch drauf. Also von daher auch mit Potsdamer DNA. Das war ein schöner Erfolg. Das hat praktisch den Titel wieder nach Hause geholt, nachdem wir letztes Jahr ja an die Rhein-Neckar-Löwen völlig zurecht abgeben mussten und das waren mit zwei sehr souveränen Siegen, das hat schon Freude gemacht. Das ist eben angesprochen, das ist die einzige Niederlage. Max Grundmann übrigens. So, jetzt habe ich das auch noch erledigt und der war auch wirklich gut. Also von daher hätte es mir ja gar nicht passieren dürfen. Ja, ja, ja. So, das heißt, jetzt kannst du dich wieder voll auf den VfL Potsdam konzentrieren. Genau. Vor dem Wochenende, was natürlich auch eine gewisse Brisanz hat. Wir haben es schon vorher thematisiert, dass wir das Zünglein an der Waage sein können bei den Spielen. Jetzt natürlich darauf bezogen, dass wir gegen die vier Topmannschaften noch zum Ende gespielt haben. Die ersten zwei Spiele haben wir jetzt hinter uns gebracht. So, wie fällt vielleicht dein Zwischenfazit ein bisschen aus? Naja, also ich sage das ganz ehrlich, bin schon enttäuscht. Also, dass wir wollten ja in diese Spiele gehen, um sie zu gewinnen und wir haben sie nicht gewonnen und wir haben sie auch verdientermaßen nicht gewonnen. Also es lag, wir sind jeweils auf einen wirklich guten Gegner gestoßen, sowohl in Dessau als auch jetzt zu Hause gegen Baling und hatten aber auch da die Chance, das für uns zu gestalten und mindestens mal einen Punkt mitzunehmen und haben das noch nicht geschafft. Und jetzt haben wir noch zwei Chancen, um es uns zu beweisen. Und von daher bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir damit umgehen. Gerade jetzt in Eisenach und dann haben wir das letzte Spiel gegen Toussaint Lübeck, wo ich jetzt persönlich glaube, dass das da um nichts mehr, so wie jetzt die Grundsituation ist, gehen wird. Es stellt sich ja so dar, dass Dessau und Eisenach den Aufsteiger unter sich ausmachen. Hättest du das vor der Saison erwartet? Also Eisenach ja, Dessau nein. Wenn man sich das ehrlich anschaut. Ich habe immer gesagt, ich habe gesagt, wir sind mit Dessau auf Augenhöhe. Das war so meins und da bin ich davon ausgegangen, dass wir so mit beiden Mannschaften irgendwas um sieben, acht, neun spielen. Das ist die Wahrheit und nichts anderes. Und Dessau hat das einfach wirklich richtig gut gemacht, die Saison. Eisenach, finde ich, merkst du, die Handschrift von Kaufmann macht das gut. Die haben eine klare Linie, haben ein klares Konzept. Mir macht das Spaß, denen zuzugucken, mir die Spiele anzuschauen und wäre natürlich eine Mannschaft, die auch der ersten Liga guttun würde. Was mich persönlich freut, ist, dass wir auf jeden Fall eine Mannschaft aus dem Osten wieder haben werden, die die Bundesliga, die erste Bundesliga spielt. Weil das tut uns einfach auch von der Region her gut. Und genauso freue ich mich, dass Aue den Aufstieg geschafft hat in die zweite Bundesliga. Das finde ich immer auch ein bisschen Stärkung der Region. Das finde ich einfach gut und freue mich auch jetzt, dass sie das geschafft haben. Wen siehst du vielleicht im Moment ein Stück weit vorne? Ist es für dich wirklich 50-50 zwischen Dessau und Eisenach? Oder sagst du, naja, Eisenach hat vielleicht das etwas schwierige Restprogramm, weil wir auch noch dort spielen? Genau, das muss ja meine Antwort sein. Also Dessau ist eindeutig in der Favoritenrolle. Nein, Spaß beiseite. Also klare Situationen haben das immer kommuniziert. Wir fahren auch nach Eisenach, um dieses Spiel gewinnen zu wollen. Punkt. Wir fahren mit dem gleichen Kader nach Eisenach. Vielleicht mit Moritz Sauter, wenn er wieder gesund ist. Das hängt aber jetzt nur von der verletzten Situation ab. Das weiß ich einfach noch nicht. Das werden wir morgen entscheiden. Und mit Mattes Langhoff und ohne Nils Lichter. Weil wir gesagt haben, wir wollen in diesen Wettbewerb mit fairen Mitteln auch reingehen. Das ist auch, finde ich, unser Anspruch, den wir haben sollten. Und fände es jetzt nicht gut, wenn wir mit Nils Lichter ein Add-on obendrauf spielen würden, weil es dann andere Voraussetzungen wären. Und wir haben jetzt die ganzen Wochen ohne ihn gespielt. Also werden wir jetzt auch ohne ihn auflaufen. Das heißt aber nicht, wir haben alles getan, dass wir in Dessau gewinnen. Und wir werden auch alles tun, dass wir in Eisenach gewinnen. Die Wahrheit ist aber, und das wissen wir auch alle, eine Mannschaft, die aufsteigen will, die in ihrer eigenen Halle spielt, die dreieinhalbtausend Leute in der Halle haben wird, die haben natürlich diesen Vorteil der Emotion und dieses, was Großes erreichen zu können. Und jetzt muss man auch mal sagen, spielen sie ja auch nicht gegen THW Kiel, sondern bei allem Respekt, sie spielen dann gegen den VfL Potsdam. Nochmal, aber letzten Satz, auch der VfL Potsdam kann gefährlich sein und wir haben es in der Fußball-Bundesliga gesehen, an Mainz und Köln. Und das können wir alle Male. Man sagt ja immer so, wir können befreit aufspielen. Also wenn wenig Druck da ist oder wenn man sich in der Außenseiterrolle befindet, so wie wir das jetzt tun. Wenn man ehrlich ist, in deiner Welt nicht, aber als Außenstehender könnte man das so sagen und könnte man das so sehen, wenn man die Tabellensituation sich anschaut und die letzten Spiele. Aber letzten Endes hat es in den letzten beiden Spielen dann auch nicht zum Sieg gereicht. Also die Situation, dass wir befreit aufspielen können, hat dann nicht zu Siegen gereicht. Jetzt kommt Eisenach mit dieser riesen Emotion und mit der vollen Halle. Ja, glaubst du persönlich daran? Siehst du da wirklich eine Chance für uns? Ja, natürlich sehe ich die. Und die werden wir auch versuchen zu nutzen. Und mit Nichten können wir befreit aufspielen, weil wir ja auch einen Anspruch an uns selbst haben. So, dass du in Eisenach auch untergehen kannst, sodass wir vielleicht hier stehen und sagen, um Gott, was ist da passiert? Die haben uns in allen Teilen auseinandergenommen. Wir haben einfache technische Fehler gemacht. Die haben uns überrannt. Das kann natürlich passieren. Das haben wir die Saison noch nicht einmal. Aber natürlich kann das gerade in Eisenach passieren. Aber nochmal, wir haben, ich glaube einfach an meine Jungs. Und ich glaube, dass wir die Entwicklung genommen haben. Deswegen würde ich halt auch gerne, deswegen bin ich so traurig, dass wir gegen Nordhorn knapp verlieren, dass wir gegen Dessau knapp verlieren, dass wir gegen Baling jetzt mit einem verloren haben. Ich würde halt gerne, dass wir einfach nochmal sagen, wir haben gegen die Großen nicht nur gut mitgespielt, sondern wir haben auch mal was ganz Großes erreicht. Und ja, jetzt gucken wir mal, was ist und gucken, wie die Mannschaft gewinnen will. Und da muss man ja sagen, Eisenach wird das Ergebnis bestimmen. Wenn die gut spielen, wenn die alles reinwerfen, wenn die einen guten Lauf haben, dann können die so ein Resultat bestimmen. Das sind nicht wir. Wir müssen da sein, wenn sie uns die Möglichkeit geben. Und dann genau in dem Moment, da müssen wir da sein, da müssen wir präsent sein. Wie ist dein Eindruck von den Jungs? Wie waren die letzten Trainingstage? Also ich habe das Training ein bisschen reduziert, letzte Woche schon, schon vor dem Dessau-Spiel und vor dem Baling-Spiel, weil so eine Saison lang ist. Ich habe den Spielern, die Junioren-Nationalmannschaft spielen, eine Woche freigegeben. Ich habe jetzt Lasse Ludwig die Woche freigegeben, weil er sonst gar keinen Urlaub hatte und in der Zeit gegen Flensburg und ich glaube Erlangen drei Bundesliga-Spiele machen musste. Du merkst, die Saison ist lang, aber du merkst auch, dass sie dadurch, dass wir weniger trainieren, bereit sind, das auch mir ein Stück zurückzuzahlen, indem sie dann auch im Fokus sind, wenn sie trainieren. Wir freuen uns jedenfalls auf dieses hochemotionale Spiel. Eines der wenigen Spiele, die, glaube ich, von so einer großen Kulisse stattfinden wird. Halle in Eisenach ist schon seit Tagen voll und ausverkauft. Wird sicherlich auch nochmal ein großer Motivationsschub sein für unsere Jungs. Perspektive Moritz Sauter, das hast du eben gerade angesprochen. Vielleicht kann er, vielleicht kann er nicht. Dazu noch die Perspektive Junioren-Nationalmannschaft. Wie weit ist der im Moment und glaubst du an eine Teilnahme bei der Junioren-WM? Also bei der Teilnahme bei der Junioren-WM bin ich fest von überzeugt, das geht jetzt um Tage. Es geht die Frage, ob er, er muss auf jeden Fall nochmal spielen, bevor er zur Junioren fährt. Das ist einfach von der Situation, dass er auch nochmal ein Spiel unter Stress macht. Und deswegen würde ich ihm das gegen Eisenach auch gönnen, wenn wir aber das Gefühl haben. Und das ist jetzt wirklich 50-50, dass das genau dieser Tag, diese zwei Tage zu früh ist. Dann lassen wir ihn raus und dann lassen wir ihn spielen gegen Thusserl Lübeck. Und wenn das nicht geht, spielt er auch da nicht. Also das ist, wie gesagt, wir machen nachher Training. Und dann haben wir Abschlusstraining und dann entscheiden wir das auf jeden Fall im Sinne des Spielers und nicht im Sinne des Erfolges. Vielen Dank, Bob. Wir können uns schon mal vormerken, nächste Woche Mittwoch, das Spiel gegen die Thusserl Lübeck zu Hause. Das letzte Heimspiel dieser sehr guten ersten Zweitligasaison. Wir werden in der nächsten Woche dann im letzten Talk in Town für diese Saison. Wir werden mal vielleicht nochmal ein kleines Fazit ziehen und auf die Saison eingehen. Auf jeden Fall den Termin schon mal vormerken. Es wird sicherlich nochmal ein Handballspektakel und Handballfest gegen einen potenziellen Erstliga-Verein. So muss man den Thusserl Lübeck schon einstufen. Wir freuen uns drauf auf die letzten beiden Spiele, wo wir dann auch nochmal sicherlich sehen werden, wohin der Weg geht des VfL Potsdam. Bob, vielen Dank und viel Erfolg. Vielen Dank.